Liebe Züchterinnen und Züchter, sehr geehrte Delegierte, hiermit bewerbe ich mich um das Amt des Präsidenten des Hannoveraner Verbandes. Mein Name ist Matthias Schulze, ich bin 47 Jahre alt, Bankkaufmann, Landwirt und betreibe mit meiner Familie seit 22 Jahren einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb mit Pferdepension und Zuchtstutenhaltung. 70 Pferde inklusive 5 eigener Zuchtstuten haben bei mir ihr Zuhause. Ich war viele Jahre aktiver Springreiter, bin seit einigen Jahren im Vorstand des Pferdezuchtvereines Wittingen tätig und habe auch einen Berufsabschluss als Pferdewirt. Im Rahmen meiner Vorstandstätigkeit und als Züchter habe ich die querelen und internen Streitigkeiten im Hannoveraner Verband miterlebt. Diese haben zu einem gewaltigen Image- und Reputationsschaden in der Öffentlichkeit und bei Ihnen, liebe Züchterinnen und Züchter, geführt. Für den Fall meiner Wahl trete ich dafür ein, dass diese Dinge ein umgehendes Ende finden, mit allen nötigen Konsequenzen. Damit unser Zuchtverband sich wieder uneingeschränkt seinen Aufgaben widmen kann. Der Förderung der Zucht des Hannoverischen Pferdes und der Vermarktung ihrer Zuchtprodukte, liebe Züchterinnen und Züchter. und in absehbarer Zeit wieder sein früheres Image genießt. Vielen Dank.